Infineon Technologies ist weltweit führender Anbieter von Halbleiter und Systemlösungen in den Zukunftsthemen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Der Standort Graz ist eines der größten Entwicklungszentren von Infineon Technologies. Business Excellence und Top-Forschungsprojekte an der Hightech-Beldspitze bieten exzellente Karrieremöglichkeiten. Lokale sowie internationale Expertinnen und Experten arbeiten hier am gemeinsamen Erfolg. Für kontaktlose Chipkarten sowie Reifendrucksensorik in der Automobilindustrie ist das Development Center Graz das weltweite Kompetenzzentrum. Als Marktführer erfüllen Infineon Chipkarten die weltweit höchsten Sicherheitsstandards. Ob Zutrittskontrollen, Kreditkarten oder elektronische Ausweise wie Reisepässe, die kontaktlosen Halbleiterlösungen erleichtern das Leben in vielen Bereichen. Einen perfekten Reifendruck gewährleisten die Pressure Sensors. Sie reduzieren den Treibstoffverbrauch und erhöhen die Fahrsicherheit. Das Steuerungsmodul der Lichtmaschine liefert präziseste Energieversorgung und ist somit weltweites Referenzdesign für den Verband der deutschen Automobilindustrie. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist hier die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen im In- und Ausland. Das Fundament unseres Erfolges? Exzellente Mitarbeiterinnen, eine lebendige Innovationskultur und erstklassiges Qualitätsmanagement. Und das mit Auszeichnung.